Willkommen zurück zu Minecraft Mini im Gleiten. Es geht weiter mit... Es geht weiter mit was? Mit dem Drachen. Ich fliege auf dieser von der chinesischen Mythologie inspirierten Strecke gemeinsam mit dem Drachen über eine monumentale Landschaft. Mach mal... Ch... japani... japaniesenwelt... Ne chinesen... Alter, wann sagst du japaniesenwelt, das ist die chinesenwelt! choppanee.. chi-ni... japanee chi-ni-zi... Du könntest dich aber krass, wie du es da haben. Ey, ist das möglich? Ist das möglich? Ach, scheiße. Uff. Es geht zu den vergangenen Tagen. Autsch. Alter. Okay. Ach, komm jetzt doch da durch. Doch. Ah, lass es gut sein, wenn ich es nicht packe. Weil es jetzt sicher nicht so schwer gewesen wäre. Ah, Mann. Ja, lo. Es so, es so. Also, es heißt, es ist zu. Hey, jetzt zieht mich das hier einfach runter. Halt's hoch! Oh, hei hei. Die Zaun ist schon gemeint, oder? Oh. Oh, schöne Welt. Dennoch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Glide-Maps irgendwie größer sind als die maximal größte der Maps bei Minecraft-Konsolen-Edition. Ah ja, scheiß drauf. Ich war damit geschrumpft. Bist du geschrumpft oder ist alles riesengroß? Verliere in diesem übergroßen Schlafzimmer bloß nicht die Orientierung, während du mit den Gegnern raufräumst. Ja, keine Gegner, das ist wohl Runde. Vielleicht mal über den Minigame, ja. Ah je, jetzt nicht. Grüne Rennen, ah ja stimmt, es gibt hier übrigens auch Punkte. Und das werde ich ab der nächsten Fahrt machen. Es scheinen da solche Ringe und dann, ich glaube, es gibt so drei Farben. Ah ja, da stand der ja gerade. Bei den einen gibt es so einen, bei den einen drei und bei den anderen fünf glaube ich. Bei den kleinen gibt es fünf Punkte, bei den goldenen. Bei den grünen glaube ich gibt es nur einen Punkt. Und da habe ich auch so orange. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das sehen wir dann schon, wenn ich das dann aktiviere. Natürlich dann auch so, ist klar. Das ist mir irgendwie echt schwierig. Noch im Kopf. Ah, ich weiß überhaupt nicht, woran es hier gelegen hat. Gerade. Kann ich echt nicht sagen. Hm. 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 Es gibt immer hier doch einen Schacht. Hier doch die Kühlung, oder? Das ist die Kühlung, ne? Die Kühlanlage würde ich mir sagen. Ich bin gerade geflogen. Die Lüftung. Ich würde gerne höher hinaus kommen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Überblick haben. Da vorne ist der Fernseher. Aber was spielt denn da mein Kopf, oder? Ja. Ja. Alter. Leck. Ey, da. Autsch. Kopfschmerzen hier. Die scheiße, ich taug das Spiel an. Krass. Nein, Steve-Puppe! Oh nein, ja verdammt! Welche Richtung, Schein! Ah, der Hände! Nein, das war jetzt echt nichts. Was ist denn hier? Hinterportal. Kann mich nicht so genau umschauen, ne? Leider, oder? Dammt! Schwierig zu bezeugen, wir sind jetzt nur auf jeden Fall in der Küche. Nur ein Troutan gebraten. Nein, nein, nein. Nein, das ist kein Troutan. Leute, hast du noch einen Troutan gesehen? Das ist ein ganz normales Finnchen. Ja. Ach, jetzt bin ich hier in meiner schönen kleinen Hütte. Mit diesem Haus. Keine Ahnung, wie ich jetzt bin. Der Schluss wird mich ein bisschen verwirren. Ist ein bisschen verwirrend. Ich würde sagen, geht's im nächsten Part weiter. Mit den Punktenländern lasse ich es mal an der Stelle hier. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Bei Minigame. Minecraft Minigame. Es wird unter LEDs gesucht werden. Und dann machen wir, die Schmerzen ab. Sie wird mit der Schmerzen ab. Und dann machen wir, die Schmerzen ab. Und dann auch in der Schmerzen. Und wenn die Schmerzen ab.